Oh Was weiß ich? Ah Alter, fickt der Schuss Ich hoffe, jetzt geht der Ping auf, wenn ich das bei Skype mache, das schicke Wie schnell kannst du 39 Kills machen? Ja, wenn die alle so random reinlaufen, einfach Ja, haben sie bei mir gerade auch die ganze Zeit gemacht Boah, Panic, Alter, sterb doch! Die sind aber alle schon... Die fänden durchgelaufen, die sind schon bei B Ich bin geserft, ich hab noch Die ganze dumm... Nicht ganz dumm sind... Komm, willst du B jetzt hier? Ja, ich bin doch unterwegs Ja, wenn ich nicht von den Hand geknallt wäre Würde Ist natürlich klar, dass wenn die Sitzungen auf der Aufhängenbrücke einfach keinen Gegner mehr kommen Mit Spiegel Ich bin ne PIEF Ja Ja Lass du C durchschreten Zwei So, wer schlägt denn Pipe hier? Ich bin hier einfach schwarz. Bist du da gesteckt? Ja. Ich weiß nicht, ich kann nicht. Da steht da so ein 2 oder 3 Getatten. Da sind alle da. Wo sollen wir? Die könnten scheiß auch nochmal dunkel machen. Die spawnen ja hinter uns. Also Richtung B spawnen ja. Die sind nicht auf B pushen. Okay, das ist klar. Wut. 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 Ist der Typ, der immer umglammet, aber da muss er jetzt überhaupt drauf? Nö, ne? Du hastPCer, Alter. Was hast du jetzt gerade in dem Video, oder was? Das benutzst du. Warte. Ja, Aufnahmeprogramm. Ich steif mal davon aus, dass er das meinte. Dann hackt meint der. Ja, ja. Kissen. 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 Das ist natürlich gut. Ja, aber nice, dass ich das gerade aufnehme. Ja, was hat denn geschwimmt? Ja, ich weiß, er wurde ziemlich pb Master gebannt auf dem AMR-Server. Der so, yo, no recoil. Ja, hier ist noch einer. Ich geries gerade meine letzten Spielminuten. Ja, ist der random dumm oder ist der einfach nur Dwayne AFK, Alter? Ja. Alles klar, Benni. Du hast aber auch kassiert. Ja, ich habe auch für den ganzen Fortier schon kassiert. Wenn ich mich umfinde. Okay, lass ich mich umfinde. Ja, ich habe auch für den ersten Tag. Ja, ich habe auch für den Tag. Ich werde mich umfinde. 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 Und ich dich adden, Alter, ist der Brad, das ist doch... Jetzt will er mir nicht zählen, ne? Er kriegt Hitmarker von mir, Lois, und drückt mir innen mit seiner Dumpf-Pump jetzt für 14. Wo ist Ihr Meck-Kip, Mann? Ihr habt Ihr Erst-Aid hier! Untertitelung des ZDF, 2020 Schau, da bist du auch noch drauf. Wird ja alle runter, oder was? Nee. All right, ich muss da. Schau, 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 schau! Schau, 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 schau! Schau, 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 schau! Schau, 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 schau! Schau, 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 schau! Schau, schau, schau! oder so wie viele leute sind hier im cap? viele bei uns sind hier schon irgendwie 5-6 leute oh alter lol der Popel steht hinter mir nur der Popel was der Popel hat gerätzt das war glatt grad Lukas aha ah von lauf von hinten panik wie lau du bist alter was denn? das ganze Magazin gebaut um mich zu killen du hast so viel in mich reingeschossen ja wenn ich mich umgedreht hätte hätte ich sogar noch gekriegt ja bestimmt ja hallo du hast 20 Schuss oder so man braucht 4 normalerweise der Ding jetzt werde ich ja noch ein whatsapp vollgespämt alter voll schock hast du mal wer dir gestört? bin ich ja nicht so ganz alleine sind da ganz einfach Hallo, wie es rumleckt? Wie du meinst, dass ich 20 Schuss aufgeben habe? Du hast dich auch gerade gefehlt. Du hast dich auch gefehlt. Du hast dich auch gefehlt. Nein. Du stand einfach nur da und hab geguckt. Du standst, da hast du eigentlich rechtst und bist hin und her gegangen. Ja, ja. Sagen wir alle. Ja, okay. Es ist deinston Ahl. Der ist eine Besonde. Sehr gut, Bennu. Ja, okay. das war der justus hast du noch ein paar ungelöstete videos wenn ja schicken wir mal ein paar links mir ist boring ja der justus ist der troll der soll mal lieber ins ts kommen alter der meinte ja auch der ist am leeren ja ist am leeren und meint ihm ist langweilig ich soll ihm ein paar ungelöstete videos schicken ist der dumm wahrscheinlich fällt das auf wenn der zockt also ich spiele m40 mit rettart und schalldämpfer und ich geb den das wird toll ohne sniper flair kriegen die auch nichts auf die reihe weil lucas fressmoor alter ich bin das nicht kann jetzt bekommen rpg im ernst der schießt rpg ins baun blude mehr ja das selbe wie in allen games wenn ich abgelenkt bin und mich eigentlich überhaupt nicht auf spüren konzentriere geht es übelst gut das war aber bei wer ist das collen mcg rallye 2005 solltet er wenn ich da allein vom pc saß mich übelst ausfahr konzentriert habe ich übelst verkackt wenn einer leben der saß mit dem ich die ganze unterhalten habe dadurch das gefühl ich gucke nicht auf dem bildschirm und fahr trotzdem über bestseiten er das richtig ist so mit rallye und nicht so mit der karte mit holle im 16a 4 fest ob ihr so bobs ist das echt gut ein gewöhnliches ganz schnell jetzt aber weiß ich glaube über die straße kriegst du hits rein guck auf die map steht da keiner ich so schalldämpfer krisst du mich noch ja keine ahnung nein ich bin ja schon so lange der typ ist aber ins haus rein in der gefahrt in der gefahrt das ist ein typ wars denn keine ahnung sind es einfach mit schalldämpfer g18 nice ah das ist sicher oh wie süß alter opel sammler das ist das ist das ist das ist ich schließe mir in die beine bei junger alter war knapp an einem wenn ich irgendein damage linge an hätte alter dann werden die leute alle so instant bauen dann ständig aber besser als 2,6 wo ist er ja wenn alter wie ich gerade für leute drauf baller und sie einfach mal in der ecke verstecken die ganzen dummen sind einfach troll ja max ja die medicis muss erstmal weg fein krass muss aussehen sniper max ach du scheiße er war ein erster leichter rager hat der sniper da eigentlich keine suppression aber warum trifft er mich trotzdem krass diese einzel schüsse ist so nice alter max muss mal gucken wenn da ist ein snipebox muss einfach mal so einzel schüsse machen da habe ich gestern auf bazaar 2v2 gegen justus und bullet und so war ich smallspawn und die standen seagate ich habe einfach die ganze zeit immer nur so so einzel schüsse gemacht alter ich habe die so weg gezogen auf auf live oder schüsse hat der voll hat die oder du wirst du vor deinem snipe angeschossen ich sehe schon das Video wird nachher gesperrt wegen irgendwelcher Musik hast du eigentlich auch unseren Ton drauf? ja natürlich sonst hätte ich ja keinen Battlefield Sound, wenn ich euch nicht mehr drauf hätte ja was bringt dir das denn? du hast Battlefield Sound wie schlecht stehe ich denn da? ja also ich muss jetzt den Basetrape raus snipen und wir können einfach ich flachsen alter das ist einfach der Eisgeschoss alter, das ist so nice ja aber die treten einfach alle hinter der Wand weil nach dem ersten Treffer bin ich so hinter die Wand gewohnt ja guck dir meinen Ping an 41 ich glaube ist das nicht sogar ein französischer Server? in dem Fall nichts deutsches Alter, ich spawn und ich ins ist gell